Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Hollow Realization mit Niko. Maman. Und wir gehen wieder ins Café. Hi Niko. Hi Silika, hallo Pina. Seid ihr zwei irgendwo hin unterwegs? Ja, ich mach jetzt gleich ein wenig Kampftraining, Pina und ich werden hart zulangen. Haha, fein. Es ist eine gute Idee herauszufinden, wie ein Schwertskill die Bewegung danach beeinflusst. Hey, warum kommst du nicht mit uns zum Training? Du weißt viel über das Kämpfen und ich könnte Fragen stellen. Ja, das macht bestimmt Spaß. Wirklich? Natürlich. Ich bin dir immer gerne behilflich, Silika. Meine Nase ist zu. Hurra, vielen Dank. Aber irgendwie immer nur, wenn ich am Let's Playen bin. Sobald ich keine Aufnahme habe, ist meine Nase auch nicht zu und ich weiß nicht, wieso. Leute. Ganz komisch. Ja. Ganz komisch, Blart. Wundervoll. Puh. Das war doch gut. Du hast alles perfekt berechnet. Entfernung zum Ziel und Bewegung nach dem Skill. Waren alle punktgenau. Echt? Ich glaube, ich habe allmählich den Bogen raus. Das solltest du auch haben. Du warst einige Zeit mit uns unterwegs. Ja. Danke für die Heilung, Pina. Pina mag dich wirklich sehr, Silika. Hm. Wir haben wirklich eine starke Bindung. Das ist, weil ihr so nett seid. Hä? Hä? Oh. Wir sind wirklich nah am Wald schon. Von den Monster gehört, die dort leben? Was soll mit denen sein? Sie sehen aus wie schöne Rehe. Ich, äh, ich gab ihnen einmal etwas zu essen und sie fanden... und sie frasen mir direkt aus der Hand. Wow. Sogar Monster wie du. Hä? Hä? Ähm. Da wir hier sind, können wir sie doch besuchen. Klar. Vielleicht fressen sie auch etwas, das ich ihnen gebe. Das werden sie bestimmt. Sie waren echt süß und sanftmütig. Sollen die Monster... Sollen die Monster denn in dieser Gegend sein? Eigentlich schon. Sie verstecken sich bestimmt bloß im Schatten. Sieh mal da. Dort ist eins. Oh wow. Sie sind also nicht aggressiv. Kein bisschen. Solange wir ihnen nichts tun, greifen sie uns nicht an. Also, ob ich auf die Idee käme... Als ob ich auf die Idee käme, solch einen lüben, kleinen Röhrchen etwas zu tun... Wundert mich nicht, dass du dirbändigerin bist. Die Tiere können froh sein, jemanden mit deinem Mitgefühl zu haben. Okay, probieren wir es mit Füttern. Hier, ich habe immer diese kleine Leckerlis dabei. Aber Vorsicht, Pina liebt sie auch. Oh, wenn sie dich ins Herz schließen können, wir ja gemeinsam dirbändiger sein. Das wäre einfach wundervoll. Es wäre so richtig cool, wenn ich mir so einen Löwen bändigen könnte und darauf dann reiten könnte. Ein riesen Mr. Wurfel. Ja, nee, nicht unbedingt Mr. Wurfel. Mr. Wurfel ist mir eigentlich relativ egal. Ich will halt einfach nur ein Reiztier haben, Alter. Damit die Wege nicht so lange dauern. Das ist ein überaus fettes, dann. Weil so viel zu früher fressen ist. Außerdem ist Mr. Wurfel komplett tot. Da müssen wir erst die Kinder von Mr. Wurfel großziehen. Du müsstest, da müsstest du mir eine Menge beibringen. Ich bring dir alles bei, was du wissen willst. Das ist meine Art, mich dafür zu bedanken, dass du mir immer hilfst. Okay, also Schritt 1. Ich mache aus diesen Nüssen ein Objekt und dann... Hey Reh, hier drüben. Ich habe hier etwas und es ist lecker. Okay, scheint wohl nicht allzu interessant zu sein. Es ist einfach nur misstrauisch. Hier, versuch es noch einmal. Hey, komm schon, ganz ruhig. Ich tue dir nichts und mache auch kein Abendessen aus dir. Wie bereitet man ein Reh am besten zu? Als Ragout? In Weingeschmort? Hör auf, das Reh als Essen zu sehen. Hatte mich nur gefragt. Ich würde weder sagen als Ragout, noch würde ich sagen in Weingeschmort. Ich würde sagen generell Schmorbraten. Also aus einem Reh kann man ja eigentlich extrem viel machen. Man hat ja Hüfte, dann hat man Oberschenkel, Nacken und alles drum und dran. Schmorbraten macht man eigentlich aus Oberschenkeln von den Tieren. Alles klar. Aus dem Nacken würde ich sagen, macht man einfach nur einen stinknormalen Braten mit Bratensauce. Was macht man denn aus der Hüfte ein Hüftsteak? Aus der Hüfte macht man eigentlich Rouladen. Naja, genug, genug über Essen geredet, sonst muss ich gleich über das Wollen gehen. Wie auch immer, ich glaube, dieses Tier will sich nicht von mir füttern lassen. Ähm, so soll ich es einmal probieren, es hätte ja schon einmal aus der Hand gefressen. Ja, willst du? Klar doch. Also, wir nehmen das Futter heraus und... Hier bitte, Herr Hirsch. Ein Reh ist kein Hirsch. Nö. Selika, ein Reh ist kein Hirsch. Das ist wie wenn man zu einem Rehentier Hirsch sagt. Das geht nicht. Nö. Das ist lecker und nahrhaft. Seine Angst wird sind... Wir sind ne... Keine Angst. Seine Angst. Keine Angst. Wir sind nette Leute. Komm her. Du meine Güte, es kommt auf dich zu. Guter Hirsch. Guter Hirsch. Wer ist ein guter Hirsch? Die Angst haben, kommen leichter mit anderen zurecht. Und... Und das ist ein guter Hirsch. Und das ist ein guter Hirsch. Und das ist ein guter Hirsch. Nee. Erinnert mich irgendwie an Evoli mit Horn. Irgendwie schon ein bisschen, ja. Ja, wegen den Augen und der Schnauze. Warte, Frau Reh. Du kriegst etwas, wenn ich deine Freunde gefüttert habe. Was? Warte. Hey, nein. Das ist mein Rock. Die Rehe scheinen dich wirklich zu mögen, oder? Witze zu reißen ist gerade umpasend. Hilf mir. Warum? Sie sind doch nicht aggressiv. Dir wird nichts passieren. Ich bin zwar nicht in Lebensgefahr, aber es besteht die Gefahr, mich zu entblühen. Nein. Du das nicht. Sieh weg. Pina. Hilfe. Ah, Pina. Das ist mein Gesicht. Nachdem du krallst. Puh, ich konnte ihn kommen. Ich musste lediglich Futter auf den Boden verstreuen. Das war ein Geistesblitz. Gut gemacht. Sie mussten wohl am Verhungern sein, aber obwohl sie so lieb waren, hatte ich keine Lust, meinen Rock auffressen zu lassen. Keine Ahnung, ich bin mir ziemlich sicher, dass Monster dich einfach lieben, Silica. Als ob sie verstehen könnten, was in deinem Kopf vorgeht. Meinst du das wirklich? Übrigens, warum hat Pina nach meinen Augen gegrallt, während du von Rehen umzingelt warst? Das ist doch verrückt. Pina hat ihre Arbeit gemacht und mein Leben und meine Würde gerettet. Du weißt genau, was ich meine. Danke, Pina. Keine Ahnung, warum Silica mir die Augen auskratzen wollte. Aber ich schätze, ich sollte das einfach vergessen. Direkt wieder rein. Nun, was tun, was tun? Moment, ist das nicht Liz? Hey! Oh, hallo. Was für ein Zufall. Was machst du gerade? Ich komme gerade von einer Materiallieferung zurück. Das war ein harter Tag heute, aber die Waffen werden gut. Hast du etwas seltenes gefunden? Hm. Da ist dieses Monster namens verrückter Mondhase mit einer winzigen Drop Rate für extrem seltene Gegenstände. Aber es ist unglaublich schnell. Ein echter Flitzer. Schon die Jagd ist extrem schwer und dann erst das Anvisieren. Wirklich? Hm. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Hört sich aber nach einer echten Herausforderung an. Oh Mann. Hätte fast vergessen, dass heute der letzte Tag ist. Erstens, wow. Zweitens, wie bitte? Tut mir leid, du hast mich an diesen Fisch erinnert, den es nur eine bestimmte Zeit lang gibt. Heute ist die letzte Chance. Ach ja? Du meinst den, über den wir uns an der Infotafel unterhalten hatten? Echt? Ich weiß nicht. Der Blitzfisch, stimmt's? Der ist eine Zutat der C-Klasse. Also wahrscheinlich super lecker. Wie der Name schon sagt, ist das super schnell. Das heißt, ich will unbedingt einen. Wenn man nur von solch schwer zu beschaffenen Zutaten hört, möchte man sie schon versuchen, oder? Ja, ich schätze, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Hm. Wahrscheinlich geht's ihm eher um die Köchin, die er da zu Hause stehen hat. Ja, natürlich. Heißt das, dass ich dich begleiten darf? Willst du helfen? Das ist ja großartig. Zu zweit verdoppeln sich unsere Chancen. Und falls wir das Glück haben, einen zu fangen, werde ich ihn gerne für uns zubereiten. Hm. Wow Liz, du kannst kochen? So eine Frage sollte man einem Mädchen vielleicht nicht stellen, oder? Hm. Da fällt mir grad ein, die meisten sehen Hausarbeit ja als Mädchenarbeit, ne? Frauenarbeit. Hm. Also Hausfrau quasi. Dazu gehört ja auch Kochen. Tatsächlich ist es aber bewiesen, dass weitaus mehr männliche Leute kochen als weibliche. Alles klar. Die meisten, die meisten Küchenchefs sind männlich. Hm. Und ich glaub ja auch, ich bin ja auch quasi Hobbykoch. Ja. Haha, tut mir leid. Okay, ich werde aber nicht aktiv meinen Kochskill aufwerten oder so. Ich wollte dir ursprünglich einen schönen Fisch grillen. Aber egal. Ich werde... Jetzt werde ich wohl was Anspruchvolleres machen müssen. Bist du sicher? Das musst du nicht tun. Nein, nein. Ist schon in Ordnung. Du wirst ihn ja essen. Niemand sonst. Hm. Tatsächlich finde ich gegrillten Fisch übelst langweilig. Aber das Beste, das ich bisher gegessen habe, war ein Zander. Ein Zander? Ein Zander. Ein Zander mit Petersil-Kartoffeln. Alles klar. Ein Zander ist eine super leckere Fischart. Ha. Super lecker. Naja, ich bin sowieso nicht so der Fischmensch. Ich auch nicht. Aber nachdem ich den Zander gegessen habe, bestelle ich den nur noch, wenn ich dort essen bin. Hm. Das Problem ist aber, der Fisch ist so klein, da brauche ich drei Fische. Wahrscheinlich sogar viel mehr als drei. Wie konnte es nur so weit kommen? Hehe. Okay, na los. Fangen wir endlich an. Hab Hunger. Ich habe einen am Haken. Komm schon, Blitzfisch. Na, schon wieder daneben. Es ist ein Bannerfisch. Der Klasse. Diese Blitzfische sind echt nicht leicht zu fangen. Hm. Der ganze Spaß beim Angeln ist das geduldige Warten, schätze ich. Hm. Naja. So lange muss man eigentlich gar nicht warten. Mhm. Ich war schon angeln. Ich habe Karpfen geangelt. Hast du schon mal erzählt? Echt? Ja. Ist schon ewig, ja. Ja. Und der erbitterte Kampf von Mensch gegen Fisch wird unseren Erfolg umso süßer machen. Oder so in der Art. Da kann etwas dran sein. Wenn ich in der echten Welt ein Ayu fing, war der eindeutig leckerer. Das sind Mahlzeiten, die man nie vergisst. Hehe. Definitiv. Ich hoffe, du bist bereit für einen Blitzfisch, den du nie vergisst. Oh, die Freude, wenn wir erst einmal einen gefangen haben. Ah. Hast du etwas? Ah. Nein. Ich habe versucht, ihn reinzuholen, aber er ist mir entwischt. Das Seitfenster war dermaßen klein, das war definitiv ein Blitzfisch. Ich... Ich war zu langsam. Yes. Was? Das ist ein... Ein für kurze Zeit erhältlicher, super seltener Gegenstand. Nimm es nicht so schwer. Das ist wirklich schwierig. In Ordnung. Wenn das wirklich so ist, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Zeit, meinen Trumpf auszuspielen. Schmeiß dir hängst jetzt ein Schwein an den Haken und schmeiß es da hin, oder was? Trumpf? Hehehe. Seh genau hin, Jungchen. Jetzt geht's los. Jetzt wirft sie... Jetzt wirft sie eine Ananas ins Wasser und sagt, Hey, SpongeBob, fang ihn! Ananas... SpongeBob... Was ist gerade passiert? Jawohl. Ich staune ehrfürchtig ob des neuen Stils. Das sind Rock und Stiefel eines Gottes. Oh, du hast etwas Rüstung abgenommen. Äh, ja. Das ist die Anpassungsoption für die Freizeit. Normalerweise geht es um Kosmetik und solchen Kram. Normalerweise? Also steigert das nun deine Angelwerte oder so? Nö. Ähm... Aber ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie leichter an und so. Also... Werden die Fülltwerte besser? Oh, haha. Das kann man nicht einfach mit einem Lachen abtun. Man muss an ihre Kraft glauben. Ich musste zu dieser Anpassung wechseln, als ich die verrückten Häschen gejagt habe. Oh, das hat also tatsächlich eine Wirkung. Allerdings schlägt sich die... Schlägt sich die nicht auf die Werte nieder. So ist es. Okay, jetzt bin ich endlich bereit. Zeig, was du drauf hast, Blitzfisch. Auf geht's, Lisbeth! Überlass das nur mir. Sehe ich das richtig? Die Angel sind jetzt für uns, um für uns zu kochen, damit wir dort essen können. Ja. Und wir tun nichts. Ganz genau. Das perfekte Leben will ich auch haben. Ich hab eh Hunger. Hey, ich habe schon einen. Echt jetzt? Kennst du dich damit aus? Er ist perfekt. Jetzt hab ich dich. Dieses Mal entkommst du mir mit Sicherheit nicht. Toll, diese Kleidung hat echt etwas für sich. Ah, der zieht... Der zieht so stark, ich kann ihn kaum reinholen. Okay, ich trinke jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben Fanta. Echt? Mhm. Ich mag ja eigentlich Orangengeschmack nicht. Habe ich dir das eigentlich schon mal erzählt? Nee, hast du noch nicht. Als ich ein Kind war, hatte ich mal so eine große Packung Orangenkaugummis. Mhm. Und wie man das halt als Kind kennt? Man nimmt so viele im Mund, wie man kann. Ne? Und der Orangengeschmack, vor dem ist mir dann so schlecht geworden, dass das jetzt mittlerweile so ist, dass wenn ich zum Beispiel jetzt ein Orangenspülmittel habe und ich rieche das, dann wird mir schon schlecht. Und alles, was irgendwie mit Orangen zu tun hat, Orangensaft etc., außer ausgepresster Orangensaft oder Orangen an sich. Aber alles, was irgendwie so künstlich orangig schmeckt, ne? Mhm. Davon wird mir schlecht. Und deswegen habe ich bisher noch nie Fanta getrunken. In Japan gibt es ein Bananenfanta. Das schmeckt nach Banane und nicht nach, ähm, Orange. Und das soll angeblich super, super gut nach Banane schmecken. Na dann. Das schmeckt eigentlich nur nach Fuchtfleisch. Ich kann echt nicht verstehen, warum Leute Fanta gern trinken. Schmeckt jetzt nicht besonders gut, aber ich werde es austrinken. Oh nein! Oh nein! Hilfe! Er zieht mir rein! Liz! Liz, geht es dir gut? Hä? Nein, ganz und gar nicht. Weißt du, wie tief das ist? Und wie kalt? Okay. Alles wird gut. Beruhig dich. Als erstes musst du deine Rüstung ablegen. Bitte was? Warum das denn? Spanner! Spanner! Kleidungsausrüstung wird schwerer, wenn sie nass ist. Zieh sie aus, sonst gehst du unter. Oh, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Das erklärt ziemlich gut, warum ich nicht auf dem Wasser treibe. Hä? Hä? Okay. Da hätten wir schon einmal das eine Teil. Bleib ruhig. Es ist alles bestens. Reich mir deine Hand. Ich zieh dich raus. Okay. Fertig. Also los! Wow! Und das nächste von mir. Jetzt ist es schwierig. Ob das oder Mizzilika. Das Mizzilika. Einfach, weil ich Lisbeth unter allen weiblichen SAO-Charakteren mit Abstand am wenigsten mag. Ah. Aber ich frage mich halt jetzt, was da dran spannend sein soll. Ich meine, guck dir das mal an. Die ist ja quasi noch angezogen. Andere Mädels rennen so in der Freizeit rum. Mhm. Und das ist wirklich nicht gelogen. Das ist wirklich so. Ich meine, sie haben halt Schuhe an und Socken. Ah. Ah. Okay. Alles klar. Ich sollte mich wohl eher auf meine Stärkewerte konzentrieren, anstatt auf Beweglichkeit. Wie? Lis... Lisbeth-Rüstung. Rüstung. Hast du was geraucht? Mhm. Oh. Kannst wohl kaum abwarten, zu sehen, was ich drunter habe. Wie? Hör auf zu zittern. Ich habe doch wohl nichts allzu Gewagtes an, oder? Nun ja. Das ist vielleicht das falsche Wort dafür. Wovon zum Teufel sprichst du über... Wa... Warte. Was? Ah. Wie... Wie konnte nur mein Oberteil zerreißen? Was ist bloß passiert? Frag mich nicht, da fällt ein Knopf. Oh, stimmt. Freizeitoption. Das ist es. Hey, nicht hinsehen, du Spanner. Moment, ich krieg das hin. Wage es ja nicht zu linsen. So. Und das da. Okay. Du kannst dich jetzt umdrehen, wenn du willst. Die hat nicht mehr an als sonst auch. Nee. Danke. Gut, pass auf. Du streichst diesen Vorfall aus deinem Gedächtnis. Kapiert? Ich fasse es nicht, dass du mich fasst. Verstanden. Alles gelöscht. Keine Erinnerung mehr daran vorhanden. Hm. Trotz allem ist es uns nicht gelungen, einen Blitzfisch zu fangen. Ich hatte ihn schon am Haken. Ich schätze, wir werden wohl einfach den Bahnerfisch kochen. Was meinst du? Das hört sich immer noch gut an. Ich bin einfach hungern. Dann ist es also an der Zeit, meine hochkaratigen Fischkochkünste anzuwenden. Mit Salzkruste abpacken. Mit Salzkruste packen? I don't know. Hm. Ich verstehe es nicht. Und ich bin Koch. Hobbykoch. Und ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, vielleicht meint sie, dass sie den Fisch erst blanchieren will. Blanch, was? Blanchieren ist, du legst das Essen in Salzwasser ein. Für eine gewisse Zeit. Ach so, nennt man das. Damit die Feuchtigkeit, pass auf, das macht man damit die äußere Feuchtigkeit quasi weg ist. Weil Salz trocknet ja. Mhm. Und wenn man den Fisch dann brät, dann kommt die Flüssigkeit, die im Fisch noch vorhanden ist, raus und die läuft dann die ganze Zeit über den Fisch und bildet damit dann eine knusprige Außenhülle. Alles klar. Das ist, das kann man auch künstlicher schaffen, indem man zum Beispiel jetzt einen Fisch in die Pfanne haut und dann mit so einem Küchenpinsel die ganze Zeit über die Oberfläche mit Wasser streicht. Dann wird das auch ein bisschen knuspriger. Ah. So kann man das ohne Pinsel machen. Ganz easy. Aber ich glaube nicht, dass sie das meint. Mhm. Hört sich nach einer raffinierten Methode an. Nicht wahr? Hört sich sehr kompliziert und anspruchsvoll an. Dabei ist es nur eine Kombination aus Salz, Fisch und Feuer. Ja. Du übersalzt den Fisch also. Tatsächlich ein kleiner Hausmannstipp von mir, wenn ihr Fleisch kocht oder Fisch oder sonst auch irgendwas, macht es so, also das Fleisch, falls es gefroren ist, am besten ist frisches Fleisch, falls es gefroren ist, aufdauen lassen, im Kühlschrank oder so, einfach über die Nacht. Und wenn ihr es rausholt, dann würzt es und lasst es dann eine Stunde gewürzt. Und dann brät ihr es raus. Dann müsst ihr das Fleisch nicht mehr würzen, weil es schon gewürzt ist und die Würze ist nicht allzu stark, aber auch nicht allzu schwach. Ah. Ist eine gute Methode, super Fleisch zu machen. Und dann halt, je nachdem wie man das Fleisch will, mag man es komplett durch, mag man es nur mittel durch. Ruhe ist natürlich scheiße. Ach. Salz und Fisch und Feuer, hier. Mit einem Ofen ist die Erfolgsrate zwar höher, aber mit dem Lagerfeuer geht es auch gut. Du gehst ja ziemlich locker mit dieser anspruchsvollen Kocherei um. Boah, meine Stimme kackt gerade voll ab. Nicht mit den Details übertreiben. Letztens bin ich durchs Tokyo Darklet's Play fast heißer geworden. Lol. Weil ich so viel zu lösen hatte. Und tada, gebackener Barna-Fisch mit Salzkruste. Bon Appetit. Okay. Hoffen wir das Beste. Kauschlug überleg. WTF? Und? Listers. Das ist fantastisch. Pfff. Wirklich? Ja. Perfekt gewürzt. Und auf den Punkt. Er ist locker, zerfällt aber nicht. Und was ihn besonders lecker macht, wir mussten uns dafür abmühen. Auch wenn wir ursprünglich etwas anderes wollten. Das war trotzdem ein guter Tag. Ein großer Kampf mit einer leckeren Belohnung. Das werde ich nie vergessen. Schön, dass du das sagst. Und ich verspreche, ich werde nie... Nimm... Ah. Moment mal. Ich sagte dir, dass du das vergessen sollst. Vergessen. Was hatten sie schon wieder im Kopf? Natürlich meint der den Fisch. Ah. Tut mir leid. Das werde ich. Ich werde es vergessen. Bin mir nicht sicher, ob ich das könnte, selbst wenn ich es wollte. Ein halb angezogenes Mädchen. Ich muss es vergessen. Oder wie, oder was? Anscheinend. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir danken euch fürs Zuschauen. Und wir hoffen, ihr schautet auch in der nächsten Folge von Let's Play Sorted Online. Holer Realization wieder ein. Ciao. Ciao.